Hallo, wir zeigen euch heute, wie ihr den LogiWare IOSTIC in Go1984 verwenden könnt, um einen digitalen Eingang und einen digitalen Ausgang für die Software zur Verfügung zu stellen. Den IOSTIC könnt ihr ganz einfach via USB mit dem Go1984 Rechner verbinden. Die Installation der notwendigen Treiber geschieht automatisch über das Windows Update, sodass nach einigen Sekunden bereits im IOManager von Go1984 der digitale Input und der digitale Output angezeigt werden. Wir möchten jetzt an den digitalen Input einen Schlüsselschalter anschließen. Und den digitalen Output, den Schaltausgang, mit einem Signalgeber verbinden. Wenn wir jetzt in Go1984 beispielsweise die Aufnahme mit dem Schlüsselschalter verknüpfen, haben wir auf einfachste Weise die Möglichkeit, über den Schlüsselschalter diese Funktion zukünftig zu aktivieren bzw. zu deaktivieren. Den Signalgeber möchten wir in Go1984 mit der Bewegungserkennung der Kamera verknüpfen, sodass bei erkannter Bewegung entsprechend das Signal ausgelöst wird. Weitere Informationen sind hier verfügbar. Wir können einmal nach unten τα abode 정eziden. Wir können uns das wenn man nachvollziehen kann.